Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein hartes Jahr hatte, so sind in diesem Jahr erst mal seine Frau Khadija radiallahu anha wa abdaha verstorben. Kurze Zeit später sein Onkel Abu Talib, der kein Muslim war, der nicht als Muslim gestorben ist. Und deswegen können wir nicht was sagen, was können wir nicht sagen, radiallahu anha, warum nicht? Weil er nicht als Muslim gestorben ist. Und in diesem Jahr musste er Mekka verlassen. Das heißt, er ist nach At-Taif gegangen.